Hallo und herzlich willkommen aus meiner Küche. Kleiner Tipp, alle Kohlarten kann man wunderbar teilen und auf zwei Gerichte nehmen. Da gibt es heute Krautsalat und den anderen da wird wahrscheinlich eine Suppe geben, Spitzkohl. Und dann gibt es mir mehrere leckere Gerichte, sein Gemüse, ja nix wegschmeißen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.